Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Voorhis80 mit einer neuen Folge von Voorhis schaut an für euch. Und in der letzten Folge ging es ja um ein Italo-Western von Lucio Fulci, nämlich verdammt zu leben und verdammt zu sterben. Und wie mir dieser Film gefallen hat, da guckt ihr mal das Video an, auch ein paar Hintergrundfilme zu den übrigen Filmen gibt es auch noch und dann wie immer meine persönliche Meinung zu diesem Film. Also seid gespannt, ob mir diese Italo-Version gefallen hat, das erfahrt ihr in dem anderen Video. Und jetzt gehen wir wieder in das Genre zurück, wo man am besten aufgehoben ist für dieses Format, nämlich im Bereich Horrorfilm. Und hier muss ich mich schon mal ganz herzlich sagen bei meiner lieben Julia bitte, meine lieben Arbeitskollegin, denn die hat mir diesen Film empfohlen. Stefan, schau euch den Film an, der ist total schlimm. Und zwar Paramedics slashed aufgeschlitzt. Und hier nochmal ein großes Dankeschön an Nameless Media für die große Spendenaktion, wo man eben diesen Media-Book recht günstig haben konnte. Und ich habe jetzt eben für dieses Media-Book 10 Euro gezahlt und 5 Euro wurden gespendet, von daher auch zu einem guten Zweck. Und ja, mal gucken, wie mir dieses Film jetzt gefällt. Ich bin gespannt. Der Film ist aus dem Jahr 2016 und geht 98 Minuten auf Blu-ray. Wie mir das Video gefällt, da guckt ihr mal dazu das Video an. Und ja, würde ich mal sagen, wir starten direkt mal durch. Aber wie immer brauche ich ein wenig Aufputschmittel, denn ich habe wieder recht viel getan an dem ganzen Tag wieder. Immer getanzt mit Tü-Tü, ja. Nächstes Mal ohne Scheiß. Und dann war ich noch beim Sport. Hat zwei Stunden trainiert. Dann noch eineinhalb Stunden noch in der Sauna gewesen. Und jetzt bin ich ein bisschen platt. Aber irgendwie muss ich jetzt den Film angucken, weil ich will den Film ja auch ansehen. Also gibt es für mich den weißen Kaffee. Nein, kein Kokain. Nein, natürlich nicht. Sondern natürlich eine kleine weiße Koffeinterblätter. Ich trinke keinen Kaffee. Ich hasse Kaffee. Es schmeckt mir nicht. Es ist einfach nur bitter. Und außerdem ist es heiß. Aber wie immer hier mein gutes Wässerchen. Und ich hoffe, diesmal klappt es besser als bei verdammt zu leben. Ja, es ist unten. Hier ein bisschen Wasser dazu noch. Und wie immer meine obligatorische Speise zu einem Film. Nämlich mein guter Magerqualk mit Nüssen und Obst. Aber heute habe ich echt ein bisschen wenig gegessen. Und deswegen gibt es noch ein bisschen einen Filmin-Schock noch. Und zwar zwei Kiwis. Und wie immer ein bisschen was zum Knappern. Keine Chips, sondern Cashewkerne. So, damit sind wir schon mal durch. Wir legen die Flossen hoch. Und dann schauen wir uns mal diesen Film an. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass mir dieser Film nicht gefallen könnte. Kann passieren. Aber die Hintergrundmelodie von dem Menü ist schon mal sehr schön. Also es könnte doch interessant werden. Also, Füße hoch und viel Spaß für euch und auch für mich. Bis gleich. So, alles ist eingestellt. Ich hoffe, man kann was erkennen. Und würde mal sagen, wir starten jetzt direkt mal durch mit dem Film. Und Filmart ab, 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 ab. Bei Paramedics Slashed Aufgeschlitzt 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Doch eines Tages kommt Cindy in den Wagen und auch sie soll dasselbe Schicksal ereilen wie auch die ganz anderen Patienten vorher. Aber dann hat Jeffrey ein Problem mit dieser Frau. Und dann, was dann passiert dann? Ja, das erfahrt ihr nicht von mir jetzt, ganz ehrlich, keinesfalls, sondern eher vom Film direkt, wenn man diesen Film auch anguckt. Ja, soviel dazu erstmal zu der Geschichte von Paramedics. Klingt auf jeden Fall schon mal sehr spannend am Anfang. Man hat hier wirklich einige exklusivere Gewaltzimmer dabei und dann wird es ein bisschen ruhiger. So, übers Booklet erstmal ein bisschen was geschrieben. Hat 28 Seiten, wie gesagt, und schon mal sehr interessant, auch ein paar Bilder mit dabei. Geschrieben wurde das ganze Booklet hier von Wolfgang Brunner, wird eigentlich hervorragend Abend wieder gemacht. Wir haben hier erstmal ein paar Themen abzuhaben. Erstmal haben wir hier erstmal den illegalen Organhandel auch weitere Filme, die hier noch mit betrieben werden, oder damit in diesem Thema mit Einstieg gestiegen sind. Und dann gibt es dann eben hier ein bisschen Wissenswert über den Film, über die Erwartungen von dem Film, aber auch die Enttäuschungen, was dieser Film auch hervorgebracht hat. Weil man eben hier ein komplett anderes Bild von diesem Film erdacht hat, was man eigentlich gedacht hat, was man eigentlich bekommt. Und dann geht es noch über die Paramedics, was ist das genau und was eben das für seine Täter sind, die das hier machen. Dann gibt es noch eine kleine Information über das Lima-Syndrom, wenn sich eben der Täter eben dann in das Opfer verguckt. Und dann haben wir noch eben ein bisschen Informationen und eine kleine Biografie über die Cast, ein Buch, Regie und auch die Schauspieler. Also hier kann man auch sehr viel nachlesen und von daher ein sehr informatives Booklet. Also kein Interview, sondern wirklich Informationen über den Film auch und weitere kleine wissenswerte Dinge. Wie gesagt, ist jetzt nicht sehr viel über die Produktion bekannt, aber auch hier habe ich etwas herausgefunden. Das Budget lag bei dem Film bei 500.000 Dollar und das ist eigentlich schon das ganze Wissenswerte. Aber es gab auch einen echten Fall in diesem Bereich. Auch 2018 im Sommer in London gab es auch einen falschen Rettungssanitäter, der über 100 Patienten hier behandelt hat. Er war 21 Jahre alt und hat sich dann in das Dienstsystem des Rettungsdienstes reingehängt. Die Polizei ging dann gefasst, aber es kam aber Gott sei Dank keinem Patienten zu Schaden. Also nicht so wie jetzt das Problem, was wir jetzt bei diesem Fall haben, sondern wirklich ist es nichts weiter passiert, Gott sei Dank. Aber er wurde auch verurteilt und muss jetzt auch ein paar Jahre sitzen. Erstellungstermin von diesem Film war am 5. September 2019. Und wie gesagt, geschnitten wurde dieser Film fast 2 Minuten, also 1,55 Minuten. Fehlt bei dem Film in der deutschen Fassung einfach unverständlich. Es hat einige Gewaltszenen drin, aber ansonsten ist dieser Film ein sehr ruhiger Film. Also genauso kann man fast The Farm vergleichen. Auch The Farm wurde auch angekündigt als extrem brutaler Film. Aber auch hier geht es eher um die Gräueltaten, was eigentlich Menschen darstellen können. Auch hier sieht man auch diese Gräueltaten, was eben ein Mensch machen kann. Und ja, jetzt kommen wir erstmal zu meiner persönlichen Meinung. Und nochmal hier nochmal, dieser Film kann einen extrem blenden. Allein schon diesen Titel slashed aufgeschlitzt. Ja, man denkt hier wirklich der absolute Slasher-Film. Bestialisch, brutal, alles drum und dran. Aber wir erwarten hier etwas ganz anderes. Denn wir haben hier wirklich eine interessante Story, vor allem die dann auch einige Wendepunkte auch hat. In der ganzen Geschichte auch. Und auch sehr spannend und auch authentisch erzählt wurde. Auch das Ende ist wirklich, wirklich sehr, sehr krass. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel gesehen im Spiegel. Er ist wie gesagt kein Slasher-Film. Er hat zwar Gewaltspitzen, aber die sind eigentlich eher nebensächlich. Hier geht es eigentlich eher um ein Kammerspiel zwischen den Tätern und dem Opfer. Aber eben was eigentlich ein Opfer eigentlich als auf sich nimmt, um halt eben den Täter eigentlich zu gefallen. Und auch dann vielleicht nicht zu gefallen. Diese ganzen Schauspieler hier, womöglich schon ein bisschen sehr realistisch, authentisch. Also hier muss ich wirklich die Sinti hervorheben. Eine extrem taffe, starke Persönlichkeit, die wirklich alles versucht zu überleben. Und auch wirklich über, ja, jeden versucht sie manipulieren von den beiden Jungs. Und das hat es wirklich sehr stark inszeniert worden. Also wer diesen Film noch nicht gesehen hat, wirklich guckt ihn euch mal an. Also ich fand ihn wirklich sehr gut. Mir hat er wirklich sehr gut gefallen. Dann haben wir auch die beiden Täter, auch diese hier, sehr realistisch dargestellt und auch extrem gut geschauscht. Wir haben hier den Coway, eben der normale Bruder. Der ist extremst krank, pervers und sadistisch veranlagt. Und wir haben hier seinen Bruder, nämlich den Jeffrey. Und er ist geistig ein bisschen zurückgeblieben. Hat eine Ähnlichkeit mit Gilbert Grape. Wie heißt der? Leonardo DiCaprio mit seiner Rolle. Wer ist denn? Fuck. Hör ich mal mit ein. Hat kein Selbstbewusstsein. Und hört immer nur auf das, was sein Bruder sagt. Denn sein Bruder hat eben die Ahnung. Und er macht genau das, was sein Bruder sagt. Aber dann kommt eben sie dazwischen. Und versucht eben hier ein bisschen Zwiespalt zu machen. Und das ist wirklich sehr geil gemacht. Dann auch extrem guter Dialogaustausch bei diesem Film. Was man nicht erwartet hätte. Denn wir haben hier wirklich, wirklich, wirklich messerscharfe Dialoge zwischen den beiden. Also vor allem durch Corey und auch durch Cindy. Also hier ist wirklich Feuer im Spiel. Und es knistert auch extrem. Und vor allem noch ein Spock-Zitat ist auch mit dabei. Das Wohl vieler wiegt schwerer als das Wohl eines Einzelnen. Hat mir schon mal sehr gut gefallen. Und wie gesagt, meine Produktivität von Cindy ist auch sehr gut gemacht worden. Also hier wirklich, die Schauschule muss mir wirklich extrem hervorheben. Und ja, manche Go-Effekte wirken ein bisschen billig. Vor allem hat es das Gefühl, dass diese Masse, die da draufgeklebt ist, eigentlich nur auf den Körper draufgeklebt wurde. Also es schaut nicht ganz so realistisch aus. Aber es ist trotzdem ein bisschen eklig. Auch manche Organe, wie zum Beispiel Leber, wirken irgendwie ein bisschen klein im Gegensatz zu den Organen hier. Und von daher kann man auch denken, es sind wahrscheinlich eher normale Organe gewesen von irgendwelchen Tieren. Aber auch das ist eher irrelevant. Dann gibt es noch einen schönen Punkt, den mich interessiert hat. Einen Brotpudding haben wir besprochen. Was ist ein Brotpudding? Ich habe schon mal einen Brotpudding gehört. Ich habe mal gegoogelt, was es ist. Es ist ein amerikanisches Süßspeise. Ist wohl so ähnlich wie Kaiserschmarrn bei uns. Es ist wohl, nennt sich auch bei uns Semmelauflauf. Oder Semmelschmarrn. Es sind getrocknete Brötchen, die werden mit Milch aufgeweicht und dann mit Ei überbacken. Und Zimt und Zucker kommen wir drauf. Schaut auf jeden Fall sehr lecker aus. Aber ist jetzt für meine Diät jetzt vielleicht nicht ganz so. Das Ideale würde ich jetzt mal fast behaupten. Und ja, auch natürlich einige Logiklöcher gibt es auch bei diesem Film. Muss man auch dazu mal sagen. Also ich finde den ganzen Film hier komplett hochlogen. Ist jetzt auch jetzt wirklich kein ultimativer, genialer Film. Also kein Film, wo man jetzt sagt, okay, der haut jetzt wirklich vom Hocker. Man guckt ihn sich an und lässt sich einfach mal berieseln. Er hat erst mal zuerst das große Problem ist, zuerst bekämpft sind die mit allen Mitteln und Enden. Doch dann kommt eben der gute Korin und versucht sich zu vergewaltigen. Und dann macht sie mal gar nichts. Oder beim nächsten Augenblick macht sie alles und versucht sich komplett zu wehren. Also es ist etwas sehr komisch das Ganze. Vielleicht ist es auch so gewollt. Und vor allem noch zum Schluss gibt es dann noch eine kleine prekäre Szene mit ihrer Mupfel. Und irgendwie, also wenn man das dann mal anguckt, sieht man dann, okay, irgendwie passt da was nicht. Denn es ist schon, denke ich mal, schmerzhaft, wenn man sowas bekommt. Aber sie ist eigentlich ganz normal und läuft eigentlich ganz normal weiter. Soviel dazu. Die Synchronisation bei manchen Stellen, vor allem am Anfang, fand ich wirklich sehr billig gemacht. Dann zum Laufe des Films wurden natürlich noch besser diese drei Hauptdarsteller. Aber eben diese Nebendarsteller irgendwie hier, die ganzen Opferwürgen, schon sehr billig gemacht. Aber das ist auch wirklich hier eher zweitrangig. Der ganze Film hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wenn man eben sich von diesem Thron Slasher-Film wegschiebt und so mehr als Psycho-Thriller drauf geht, dann macht dieser Film viel mehr Spaß, als wenn man sich hier anguckt. Es ist ein Slasher-Film, wo extrem viel Blut spritzt. Denn dieser Film ist auf jeden Fall das nicht. Dieser Film ist eigentlich ein ruhiger Film mit viel Dialogen, mit einer interessanten Story und vor allem mit einer interessanten Wendung auch von diesem Film. Man hat auch das Gefühl, man hat Mitleid mit allen beiden Parteien. Also hier wirklich mal einen Blick riskieren, wer diesen Film noch nicht gesehen hat. Der macht es auf jeden Fall mal, aber nur in der Uncut-Fassung, also hier in dem Mediabook. Denn die deutsche Fassung ist auf jeden Fall gekürzt. Hier in der Uncut-Fassung ist er hier erhältlich. Und ja, habt ihr diesen Film schon gesehen? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare rein. Ich gebe jetzt den Film 7 von 10 Punkten. Er hat mir echt gut gefallen. Und denke mal, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, den Film angeguckt zu haben. Und ja, jetzt habt ihr gefragt, gebt mir eure Meinung zu diesem Film. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Mir ist extrem heiß. Mir läuft die Pusche da am Nacken runter, wo es schon so spät ist. Aber es ist mir immer ein bisschen mein Problem. So, das war es von mir. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020